Die Sonne durch den Nebel bricht, das ist eine wahrhaft schöne Geschichte. Nur etwas ist in diesem Jahr, das findet man nicht so wunderbar. Es ist etwas, das gab es noch nie, die Corona-Pandemie. Doch die Regierung hat einen Plan, Österreich wird runtergefahren. Sie verkündet Lockdown Nummer 2 und hat anscheinend Spaß dabei. Bleibt's daheim und gebt's Ruhe, wir sperren euch jetzt die Geschäfte zu. Die Fitness und der Sport gleicht fast einem kollektiven Mord. Darum wurde auch sofort beschlossen, die Studios, die bleiben geschlossen. Und die Kunst, so haben sie erkannt, sind fürs System nicht relevant. Ich denk, ihr habt's ja schon erraten, Veranstaltungen sind verboten. Die Ausgangsbeschränkung, schaut mal her. Macht die Straßen menschenleer. An Fetzen hängen wir über den Mund und schon bleiben wir länger gesund. Vor andere man sich distanziert, damit man sie nicht infiziert. Die Sozialkontakte werden halbiert, damit auch da nichts mehr passiert. Verliert's den Spaß jetzt nicht am Leben. Es wird wieder bessere Zeiten geben.